Suchen Sie einen zuverlässigen Partner für die Digitalisierung Ihres Unternehmens? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Unsere Kunden profitieren von einem breit gefächerten Dienstleistungsangebot. Dazu zählen SAP-Beratung und Entwicklung, Beratung zur Implementierung von SAP S4HANA, Open Text-Beratung und Entwicklung, Neptune DXP und SAP Fiori, SAP Cloud Plattform und Internet of Things. Unsere Experten beraten Sie gern umfassend zu den verschiedenen Themen Ihrer digitalen Transformation, auch unsere eigenen Lösungen überzeugen. Mit der FITS Instandhaltung Suite ermöglichen wir unseren Kunden die mobile Instandhaltung mit voller SAP-Integration, sowohl online als auch offline und ohne weitere Middleware. Im Bereich der E-Mobilität bieten wir mit der FITS e-Mobility Cloud eine vollständige Lösung für die Verwaltung Ihrer Ladeinfrastruktur, Fuhrparkmanagement mit Connected Car Solution sowie die Verwaltung von smarten Parkplätzen. Unsere Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit, einen ersten großen Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Wir stehen Ihnen hierbei selbstverständlich vollumfassend zur Seite. Ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen können wir diese und auch andere unserer Lösungen individuell auf Sie anpassen. FinkIT steht für Fairness und Innovation. Kunden und Partnern begegnen wir stets auf Augenhöhe, um eine erfolgreiche und enge Zusammenarbeit sicherzustellen. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit SAP, Open Text und Neptune zusammen. Die Partnerauszeichnungen, die wir hierfür erhalten haben, bestätigen, dass FinkIT im regelmäßigen Austausch und gegenseitiger Unterstützung die Partnerschaft lebt.